Besonders stolz sind wir auf unser neues Wärmepumpenzentrum mit einer Leistung von 5 bis 16 kW in einer individuellen modularen Aufbauweise. Es ermöglicht dem Installateur diese Module sehr einfach einzubringen, weil es sich hierbei auch um leicht zu transportierende Einheiten handelt. Natürlich sind diese Wärmepumpen auch wieder voll integriert in das Wolf-Regelungssystem und über eine Schnittstelle in unser Smart Home Device einbindbar.